Herzlich willkommen hier bei uns. Sie sehen es in unserem Wohnzimmer. Hier ist schon einiges durcheinander gegangen. Wenn Sie unseren Fußboden sehen, wissen Sie, hier muss dringend sauber gemacht werden. Ich war es nicht übrigens, das möchte ich nochmal betonen. Nein, aber wir haben natürlich ein paar Produkte, die Ihnen die Hausarbeit wirklich erleichtern werden. Weil was ist denn schlimmer als ein Staubsauger, der nicht richtig saugt, der nicht richtig funktioniert? Oder dass es irgendwie eklig riecht zu Hause oder dass man wischen muss und dann auch unter der Couch wischen. Das ist alles anstrengend, das möchte man gar nicht. Man möchte sich lieber gemütlich hinsetzen und einen Kaffee trinken und nicht unbedingt so viel Hausarbeit machen. Und ja, da haben wir natürlich einiges für Sie, was Ihnen da die Arbeit wirklich erleichtert. Und bevor Sie jetzt denken, Sie meint mich, weil Sie das Thema Staubsaugen erwähnt hat, klar, einer muss Staubsaugen. Aber beim Thema Wischen, da wird Ihnen jetzt sozusagen die Arbeit abgenommen. Denn wir reden jetzt von unserem Wischroboter. Ja, der ist toll. Und der ist so klein und kompakt. Wir haben uns extra bewusst diese Couch ausgesucht für die Sendung, beziehungsweise die wurde uns ausgesucht. Denn wir würden Ihnen gerne mal zeigen, dass dieses kleine Wunderwerk nicht nur um den Tisch herum perfekt arbeitet, sondern natürlich auch dahin kommt, wo man normalerweise ganz, ganz schwer hinkommt. Er kommt nämlich unter die Couch und der hält wirklich alles blitzblank, also glatte Böden, Unebenheiten. All das schafft unser kleiner Wischroboter im Handumdrehen. Die leichteste Unebenheit, aber das Wischtuch senkt sich. Es arbeitet perfekt am Boden und das können Sie ganz einfach so einsetzen, wie Sie es da sehen. Und dann geht es schon los. Und jetzt gucken Sie bitte mal genau auf den Fußboden. Schwarzer Marmorfußboden sieht gut aus, definitiv. Ist aber sowas von empfindlich, dass ich sage, der Architekt, der wollte wahrscheinlich die Restposten loswerden. Denn normalerweise für den Bürobereich, und das ist unsere Redaktion, ist schwarzer Fußboden natürlich tödlich. Publikumsverkehr. Wir laufen da alle durch und wir können Ihnen eine Sache sagen, es sieht immer blitzblank aus. Und das nicht daran, dass dieses Gerät da permanent am Arbeiten ist. Und es kommt vor allem überall drunter. Das finde ich toll. Du sagst es. Also es fährt wirklich auch unter die Tische, unter die Couch bei Ihnen zu Hause zum Beispiel. Wenn Sie ein Regal da stehen haben, das ist überhaupt kein Problem. Wenn der irgendwo anstößt, dann wechselt der wirklich ganz fix die Richtung und fährt wieder los. Unten sind tolle Rollen drunter, eine 360-Grad-Rolle, die hier wirklich toll arbeitet. Und das Geniale wirklich finde ich, dass man ihn entweder trocken wischen lassen kann, also dass er wirklich mit einem sozusagen Staubtuch da fährt und den Boden abreinigt, oder dass man ihn auch feucht wischen lassen kann. Schauen Sie mal, hier ist wirklich diese Rolle. 360 Grad, die dreht sich hier ganz leicht. Das heißt, er hat wirklich völlige Bewegungsfreiheit. Und wir haben hier gerade mal dieses Wischtuch untergespannt. Sie haben natürlich auch, wie Sie es eben schon im Film gesehen haben, diese Staubtücher. Und können die dann da aufbringen, wie Sie es gerade möchten. Und dann kann der wirklich bis zu acht Stunden einfach durch Ihre Wohnung fahren und Ihre Arbeit erledigen, während Sie gemütlich auf dem Sofa sitzen. Und als mir das Produkt erklärt wurde, habe ich gedacht, Moment mal, acht Stunden? Ja. Das ist ja mal der Hammer. Denn, guck mal, du stellst es einfach am Fußboden. Wir zeigen Ihnen das mal hier mit unserer Couch. Und gucken Sie mal. Einfach an und der fährt los. Weg ist er. Jump. Weg ist er. Und das ist genau der Punkt. Er kommt überall drunter. Und jetzt hören Sie es. Er berührt ganz leicht das, was im Weg steht. Dann weiß er, alles klar, bis hierher und nicht weiter. Und schon kommt er da hinten an. Er kommt wieder da unten. Und das ist das Schöne. Jetzt sehen Sie ihn unter der Couch arbeiten und überlegen Sie mal, beim schnellen Wischen, wenn der Besuch kommt, dann ist meistens die Couch das, wo man sagt, mach ich später, mach ich später, mach ich später. Und schon ist da drunter ja natürlich eine Ansammlung von Staub. Hier nicht. Er arbeitet jetzt unter der Couch. Ich gehe ihn mal wieder einfangen. Denn dieser kleine Freund, der hat es wirklich im positiven Sinne in sich. Er hat acht Stunden. Jetzt ist er genau hier hinten am Arbeiten. Er sieht das Kabel gefahren. Und gucken Sie mal. Jetzt kommt er wieder raus, der kleine Mann. Und das ist eben genau das Schöne. Der ist so klein und kompakt, der kommt überall hin. Der fährt überall drunter durch. Und der hat es wirklich in sich. Denn acht Stunden Akkuleistung, da geht man, guck mal, jetzt fährt er genau die Couch ab. Und jetzt sehen Sie es, er wendet und fährt direkt wieder drunter. Und er weiß ganz genau, ich muss jetzt wischen. Und das kennen wir doch alle, wenn wir ganz ehrlich sind. Oh, da ist er. Man hört irgendwann auf und sagt, ach nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Der hört nicht auf. Der kennt das Wort Pause nicht. Der sagt, nö, ich arbeite mal und arbeite und arbeite und arbeite. So, jetzt fährt er da unter die Kommode und macht da auch noch ein bisschen Klarschiff. Und das Ganze eben acht Stunden lang. Hol den Kleinen nochmal zurück. Denn allein dieses formschöne Design des An- und Ausknopps finde ich einfach mal toll. Denn du siehst einfach, hier wurde wirklich auch ein meiner Meinung nach schönes Design gewählt. Denn guck mal, normalerweise, ja so ein Putzroboter, das ist ja kein Hingucker. Aber da gucken Sie wirklich immer wieder gerne hin. Und ganz einfach gestartet hier oben drauf. Auf und aus, wieder oben drauf. Und das Tolle ist, wenn Sie ihn jetzt zum Beispiel viel, viel im Einsatz haben, den können Sie auch komplett reinigen. Das heißt, die Rollen sind zum Beispiel abnehmbar. Also die 360-Grad-Rolle, zack, zack, abgenommen. Und schon können Sie das ganze Gerät dann auch nochmal säubern. Unter 30 Euro. So, das ist jetzt mal ein absolutes Schnäppchen, wo man zugreifen sollte. Den genauen Preis sehen Sie hier an der Seite. Und da kann ich Ihnen sagen, als man mir damals dieses Gerät erklärt hat, habe ich gesagt, wie toll ist das denn, Kati? Du setzt es auf den Fußboden, es arbeitet acht Stunden und du kommst nach Hause, du machst deine Haustür auf und der komplette Eingangsbereich ist gewischt. Ja, ich finde es auch super, weil Sie können ihn wirklich hinsetzen, während Sie dann zum Einkaufen gehen zum Beispiel. Erledigt der schon mal Ihre Hausarbeit, wischt bei Ihnen zu Hause schon alles ordentlich durch. Es geht wirklich so einfach. Der legt los und arbeitet dann ganz, ganz fleißig, während Sie andere Dinge erledigen können. NC 5776 und die 569 ist die Bestellnummer. Und wenn Sie sagen, ja, den hätte ich gerne, kann ich das verstehen, denn das ist ja ein richtig tolles Produkt zum einzigartigen Preis. Da müssen Sie natürlich jetzt anrufen. 0180 51 51 3 mal die 2. Denn der Preis, den Sie da jetzt an der Seite eingeblendet sehen, dieses absolute Schnäppchen, das ist jetzt genau 120 Minuten für Sie möglich. Also zwei Stunden. Und diese zwei Stunden, die sollten Sie nicht verstreichen lassen, denn dann fällt der Preis computergesteuert wieder auf den Perl.de-Preis zurück. Da könnten Sie rein theoretisch auch schon Schnäppchen machen, denn das ist auch weit unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Aber jetzt ist Schnäppchenzeit, jetzt ist Sparen angesagt und jetzt ist vor allem, ja, Wischen lassen angesagt. Und ich weiß, eine Sache, jetzt muss ich arbeiten und Frau Steiner lehnt sich ganz entspannt zurück, denn jetzt geht es um das Thema Staubsaugen. Und da haben wir natürlich auch genau das richtige Gerät für Sie zu einem absolut einzigartigen Preis. Es ist ein Staubsauger mit 2200 Watt. Und wir Männer kaufen Staubsauger grundsätzlich nach der Wattzahl. Das kenne ich von mir. Du gehst los und sagst, je größer die Wattzahl, umso besser. Und dann willst du natürlich auch ein Schnäppchen machen. Dann lässt du dich meistens auf Kompromisse ein. Das geht mit dem Edelstahlrohr los, was dann nicht dabei ist. Hier ist es dabei, sogar als Teleskopstange. Und wie toll dieser Staubsauger funktioniert und wie toll der aussieht, das zeigen wir Ihnen hier jetzt mal. Ich habe also hier erstens, ja, die tolle Teleskopstange. Und ich klopfe da mal gegen, dass Sie es hören. Das ist Metall. Das ist höhenverstellbar und das finde ich besonders toll, denn einfach gedrückt und schon kann ich zum Beispiel auch hier, gucken Sie mal, unter der Couch arbeiten. Und ich kann dann alles erreichen. Dann kann ich es natürlich ganz bequem auf meine Höhe einstellen. Und wenn Sie das jetzt sehen, was hier unsere Produktvorbereitung netterweise für uns vorbereitet hat, das ist genau das, was alles der Albtraum eines jeden Staubsaugers ist. Denn Konfetti kriegst du nicht wirklich weg. Dann Kaffeepulver, überleg mal. Das ist so klein und feinporig. Wenn du das jetzt rein theoretisch unter die Schuhsohle kriegst, ist das Paket ruiniert. Das verteilt sich auch überall. Das wirst du nicht mehr los. Und da brauchst du einen leistungsstarken Staubsauger. Dieser leistungsstarke Staubsauger steht jetzt hier vor Ihnen und den Preis, den Sie da sehen, den meinen wir wirklich durchaus ernst. Denn wir möchten, dass Sie jetzt mit dem perfekten Staubsauger ausgestattet sind. 39 Euro für einen Staubsauger ist jetzt mit 2200 Watt mal ein absolutes traumhaftes Angebot. Wenn wir dann allerdings noch die ganzen restlichen Details hier mal betonen, wie zum Beispiel das doppelte Filtersystem, das alleine ist schon jeden Cent wert, dann haben wir auch noch die Möglichkeit, eben diesen Staubsauger perfekt einzustellen auf das, was wir saugen wollen. Denn hier können Sie ja mit diesem Knopf, mit immer weiter auf Maximum, diese Saugkraft auf eben die 2200 Watt steigern. Und dann wird aber mal wirklich alles eingesaugt, was weg muss. Und da zeigen wir Ihnen einfach mal. Denn genau das ist der Punkt. Erzählen können wir jetzt viel. Das ist jetzt sozusagen für Vorhänge, für ganz sanftes Saugen. Da ist auch noch die passende Absaugdüse dabei. Die zeigen wir Ihnen gleich. Aber jetzt sehen Sie es. Gucken Sie mal auch genau hin. Und jetzt sehen Sie es, wie man sich selber am Fußboden festsaugt. Der macht richtig Dank. Und jetzt geht es los. Jetzt zeigt uns doch mal, wie schön man damit saugen kann. Es geht nämlich wirklich so einfach, da der wirklich auch diese tolle Saugdüse da unten dran hat, diesen tollen Saugfuß, lässt sich damit wirklich alles optimal einsaugen. Wir haben hier wirklich unter diesem tollen Saugfuß verschiedene, ja, das ist quasi wie kleine Bürstchen. Und natürlich einen speziellen Einsaugstutzen, der das dann wirklich perfekt ins Saugrohr führt. Und da geht das wirklich so einfach. Da hört man richtig die Kraft. Da hörst du richtig die Leistung. Und vor allem hörst du da dieses tolle Edelstahlrohr, dass du wirklich, das hörst du bei jedem Maiskorn, was dir jetzt verschwindet, hörst du einfach die Leistung. Und jetzt lassen wir mal das grobe weg, sondern jetzt gehen wir mal wirklich an den Albtraum, wo ein Kindergeburtstag stattgefunden hat, wirst du dieses Konfetti noch zwei Jahre später finden. Mit eben unserem Sichler 2 in 1, 2200 Watt Staubsauger eben nicht. Und gucken Sie mal, zack. Der verteilt nichts, sondern der saugt wirklich alles ein. Und Sie sehen die Leistung. Der verteilt nichts, sondern der saugt wirklich direkt ein. Nicht wie andere Staubsauger, die das dann irgendwie durch die Gegend blasen und verteilen, sondern hier wird wirklich durch diese extrem starken 2.200 Watt das direkt eingesaugt. Da bleibt nichts liegen oder irgendwo angeheftet, sondern es wird wirklich direkt alles eingesaugt. Da ist wirklich Kraft am Werk und es funktioniert so einfach, da dieser Staubsauger auch super, super handlich natürlich ist. Wir haben hier diese 360-Grad-Rolle auch verbaut, die zwei großen Räder an diesem schicken, wirklich tollen Design-Staubsauger in diesem roten Design. Und zack, ist wirklich alles aufgesaugt. Das geht hier in Nullkommanichts, der Kasten legt hier los und zack, ist alles sauber, wirklich fix. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles, denn klar, die Rolle hat Kati alles thematisiert. Aber wichtig ist das, was hier unten dran ist, denn diese 2-in-1-Aufsatzdüse, also wo ich dann wirklich Vorhänge zum Beispiel perfekt mit saugen kann oder Couch-Innereien, also die klassischen Kanten, wo die Kissen liegen, wo du normalerweise alles runternehmen musst, das muss ich jetzt nicht mehr, denn ich komme hier wirklich natürlich perfekt in jede Ecke, ganz einfach aufsetzen und schon geht es los. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel da, wo Frau Steiner gerade bestimmt gekrümelt hat. Och, ich krümel doch hier nicht im Studio. Du krümelst. Also wirklich, das fühl ich doch nicht. Ach, Hilfe. Funktioniert super, oder? Und das eben mit 2200 Watt. Und das finde ich das Schöne. Er rollt leicht, er zieht das extrem lange Kabel schnell wieder ein. Und ich habe vor allem dieses Teleskoprohr und das Ganze aus Edelstahl. Das ist hier jetzt für Sie möglich gemacht worden zu einem absolut einzigartigen Preis. Ja, unter 40 Euro. Also wirklich ein toller, toller Preis hier mit diesen zwei Aufstellerfunktionen. Und das finde ich auch noch so toll bei dem tollen Staubsauger, dass du den wirklich dann mal wegstellen kannst zwischendurch. Das ist alles kein Problem. Vor allem die zwei, das hat Kati mir gezeigt. Das finde ich alles tolle. Also einmal hier einhängen und schon hält es bombenfest. Oder wenn Sie dann fertig sind, dann natürlich ganz einfach, wie Sie das von Ihrem Staubsauger kennen, hier einhängen und ist auch fertig. Und jetzt gucken wir noch mal ganz schnell bei pearl.de, was das da kosten würde, wenn Sie ihn außerhalb unserer Sendung bestellen. 61,90 ist für einen 2-in-1-Staubsauger, also wo ich entscheiden kann, mit Beutel oder Beutellos, eben mit diesem Auffangbehälter, ist das schon ein absolut einzigartiger Preis. Aber jetzt können Sie sparen und jetzt sollten Sie wirklich zugreifen. Und vor allem für mich das Tollste ist, hier packen Sie es wieder rein, sehen Sie, zack, und nehmen es wieder raus. Und es ist immer an der richtigen Stelle. Denn das hat normalerweise irgendwo im Karton liegen, legst du es in die Schublade und findest es nie wieder. Das ist sozusagen unser Staubsauger-absolutes Sonderangebot. Jetzt für Sie. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles. Denn wenn wir beide uns jetzt hier so ganz entspannt niederlassen in unserem kleinen Wohnzimmer, und wir wissen jetzt, es ist gewischt und es ist gesaugt. Ja. Es riecht. Aber es riecht. Der Hund war nass. Ach, die Katze, das Katzenklo schon wieder. Haben wir eine Katze? Vielleicht haben wir eine Katze. Oder es hat jemand gekocht und es riecht nach kaltem Essen. Kennen Sie das? Rauch. Es hat jemand in der Wohnung geraucht. Oh, noch schlimmer. Oh, das ist ganz schlimm. Wenn jemand in der Wohnung geraucht hat und es riecht dann die Vorhänge, die Polster, alle nehmen. Das kriegst du ja nie wieder raus. Nee. Das kriegst du nie wieder raus. Genauso wie hier. Klar, Kochen ist was Sinnliches und Kochen ist was Schönes. Aber egal, was du zum Beispiel wirklich anbrätst und wenn du jetzt zum Beispiel, ja, du lässt Speck aus oder, oder, oder. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Und das riecht natürlich dann auch im Nachhinein. Also wäre das Essen schon aufgegessen, genossen und zum Beispiel der Abwechschung in der Geschirrspielmaschine ist, riecht es natürlich immer noch. Und deswegen bieten wir Ihnen jetzt die Abhilfe an. Also ein kleines Wunderwerk, was hier auf dem Tisch steht beziehungsweise hier unter der Glocke steht. Und das ist ein Ionisator. Der ist wirklich perfekt dafür, eben die Luft zu filtern und die Luft zu reinigen. Und das Ganze in dieser kleinen und kompakten Form. Aber diese kleine und kompakte Form schafft sage und schreibe 100 Quadratmeter Fläche. Und Sie sehen es jetzt, das qualmt sich da drunter, wir haben aber richtig schön voll. Ja, wir haben mal Räucherstäbchen drunter gemacht. Also auch ein Albtraum für manche Menschen. Also ich kann es überhaupt nicht riechen. Und wenn jetzt nachher die Sendung um ist und die Glocke abgenommen wird und ich dieses Gerät nicht einschalten würde, dann wäre hier wahrscheinlich für heute erst mal Schicht im Schach. Denn zwei Räucherstäbchen, das ist schon mal eine ordentliche Ansage. Jetzt kommen wir aber zum Tragen. Es ist klein, es ist kompakt, aber es ist leistungsstark. Und ich stecke jetzt einfach mal einen Stecker rein und dann werden Sie sehen, wie schnell dieses Gerät arbeitet. Denn das geht mal richtig ratzfatz. Und jetzt gucken Sie mal hin. Sofort sehen Sie, wie die Luft vorne eingesogen wird. Und das ist genau der Punkt. Vorne geht Dreck, Luft mit Staub, mit Pollen, mit allem Möglichen, was man nicht einatmen will, rein. Und hinten kommt die saubere Luft raus. Und Kathi bereitet es schon mal vor. Und dann zeigen wir Ihnen nämlich genau, was das Geheimnis ist. Nämlich das hier. Das ist der kleine Filter. Und dieser Filter ist ganz einfach mit einem Haushaltstuch wieder zu reinigen. Und damit können Sie sicher sein, dass die Luft von Keimen, von Gerüchen, von Feinstaub, von allem Möglichen befreit ist und Sie wirklich richtig schöne, frische Luft einatmen können. Also perfekt auch geeignet für Allergiker. Da wirklich die kleinsten Keime, Staubpartikel aus der Luft entfernt werden. Wir haben wirklich durchweg tolle Kundenbeiträge bekommen. Ich möchte gerne einmal davon vorlesen, von A.H. aus Werne. Der schreibt uns, ich wollte es nicht glauben, aber der Luftreiniger funktioniert wirklich einwandfrei. Meine Wohnung riecht jetzt, dank des Luftreinigers, nicht mehr nach Zigarettenrauch oder nach aufdringlichen Gerüchen nach dem Kochen. Im Bad verschwindet der unangenehme Geruch des Katzenklos vollständig. Bedingt durch den günstigen Preis bin ich doppelt glücklich, da jetzt keine Duftspace bzw. Duftkerzen mehr gekauft werden müssen. Ich kann den Luftreiniger nur weiterempfehlen. Ich werde mir noch weitere bestellen. Und das ist wirklich genau der Punkt. Denn normalerweise versuchen Sie, einen Duft zu übertünchen. Tünnchen, das kennen Sie, diese einfachen Geruchskiller, Raumdüfte und, und, und. Das ist Chemie. Das ist aber alles chemisch. Du atmest dann ja Chemie ein. Warum jetzt nicht? Ein wirklich tolles Gerät mit wirklich großer Leistungsfähigkeit. Denn 100 Quadratmeter ist mal richtig viel. Stellen Sie sich einfach Ihre Wohnung vor. In der Küche lassen Sie den Wunderknaben da stehen, so wie unsere Kollegin da. Und dann machen Sie alle Türen auf und lassen Ihnen einfach mal eine Stunde arbeiten. Da kann ich Ihnen sagen, wenn Sie dann nach Hause kommen und zum Beispiel der Wischroboter gearbeitet hat, ist nicht nur der Boden picobello rein, sondern die Luft ist auch rein. Und da können Sie sicher sein, wenn Sie dann die Tür öffnen und tief einatmen, dann werden Sie merken, das ist aber toll, das ist richtig frische Luft. Und dadurch steigt natürlich Ihre Leistungsfähigkeit. Sie fühlen sich wacher und Sie können sich dann auch besser konzentrieren. Und ganz ehrlich, wenn man früher als Kind in die Berge gefahren ist, um eben frische Luft zu bekommen, dann ist jetzt der Punkt gekommen, wo Sie jetzt zugreifen sollten. Denn Rauchpollen, all das wird eben durch die Ionisator-Technik neutralisiert. Und er ist einfach anzuwenden, wie Sie sehen, einfach anschalten. Zwei Modi haben wir, einen leisen, also den Flüstermodus und den richtigen Powermodus. Und da sehen Sie es, gucken Sie mal, er ist eingeschaltet und er arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und ich sehe vor allem keinen Qualm mehr. Und das finde ich das Tolle, denn jetzt ist frische Luft angesagt. Ja, das heißt, wir haben wirklich hier die perfekten Haushaltshelfer für Sie. Der Wischroboter wischt Ihren Boden. Das Staubsaugen geht schnell mit unserem tollen Staubsauger. Sag's ruhig, der Mann saugt schnell Staub. Ich hab's verstanden. Gereinigt. Und wir können uns zurücklehnen und können uns einen leckeren Kaffee gönnen. Das bedeutet wieder, ich muss jetzt... Nein, ach Mensch, da haben wir ja schon so eine Überraschung. Ja, wir haben schon Kaffee. Wir haben nämlich jetzt was ganz Tolles für Sie. Und das kennen Sie, wenn Sie zum Beispiel in den großen Kaffeehäusern unterwegs sind. Da können Sie dieses kleine Wunderwerk, nämlich den Milchaufschäumer, ja, den können Sie natürlich aus Edelstahl auch überall kaufen, für richtig Geld. Jetzt haben wir uns überlegt, so ein gepflegter Latte Macchiato, ein Milchkaffee, ein Cappuccino, der braucht natürlich genau den richtigen Milchschaum. Und da haben wir gedacht, dann bieten wir Ihnen jetzt einfach mal sozusagen als Möglichkeit, sich selbst zu belohnen, wenn alles getan wurde und für Sie auch noch gewischt wurde, die richtige Möglichkeit an, sich den perfekten Latte Macchiato, dem perfekten Cappuccino zuzubereiten und das Ganze in Hand umdrehen. Denn das Gerät hier funktioniert auf Knopfdruck und es schäumt Ihre Milch so auf, wie es normalerweise, ja, nur der Mann oder die Frau im Kaffeegeschäft ihr das Vertrauen kann. Ich finde das auch ganz, ganz lecker übrigens mit Kakao. Wenn du den Kakao machst, den heißen und dann wirklich halt diese Milch, die heiße Milch mit diesem Stab aufschäumst, die da oben mit drauf gibst, das sieht ganz, ganz toll aus und schmeckt wirklich hervorragend. Also wirklich hier unten einfach einschalten, dann sehen Sie schon, der fängt hier vorne an zu arbeiten, der legt richtig los und schäumt Ihre Milch auf. Und das ist unser Dankeschön, unser Geschenk an Sie, denn 25 Jahre Pearl ist das Jubiläum, was wir hier feiern, ein Vierteljahrhundert und deswegen gibt es ab und zu in irgendwelchen Sendungen versteckt kleine Geschenke und das ist eben so ein Geschenk, deswegen das sollten Sie sich auf jeden Fall nach Hause kommen lassen. 48 Stunden brauchen wir maximal, dann kann es schon Latte Macchiato geben. Also anrufen.